Wie es mit ihm weitergeht, ist schwer zu sagen. Die Koalition hat sich jetzt erstmal auch Kraft des Mitgliederentscheids der FDP zusammengefunden, hat gesagt, wir wollen weiter regieren. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass die Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode bestehen wird. Allerdings kann man im Moment zumindest sehr starke Zweifel haben, dass es diese Regierung erneut schafft, in den nächsten Bundestagswahlen zu bestehen. Denn sowohl die Bewertung der Regierung als auch die Bewertung des Bundeskanzlers in den Umfragen ist sehr schlecht. Und die Vergangenheit zeigt, dass bei so schlechten Bewertungen tatsächlich auch die Wahlchancen ausdrücklich sehr schlecht sind für die Parteien, die gerade regieren. Für Deutschland selbst bedeutet es erstmal vor allem, dass offensichtlich eine sehr große Unzufriedenheit mit der Regierung da ist. Ich glaube, dass die tatsächliche Leistung der Regierung und die Stimmung in der Bevölkerung nicht ganz zusammenpassen. Das hat, glaube ich, auch viel mit Kommunikation zu tun. Olaf Scholz ist jemand, der es nach meiner Wahrnehmung nicht gut versteht, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren, in den unterschiedlichsten Situationen. Und das drückt sich dann natürlich auch in einem sinkenden Vertrauen aus. dass dasека, aber das drückt sich dann auch in der Pflege, in einem großen Venture und L Actor dazu so leicht aus.